Die Schüssen zeigt Cristiano Ronaldo immer wieder seine ganz besondere Technik. Ja, das sind diese Dinger, die dann plötzlich runterfallen. Wir lassen jetzt mal physikalische Erklärungen weg, aber diese Flatterbälle sind auf jeden Fall sein Markenzeichen. Macht er ihn! Ganz starke Aktion vom Torhüter. Also der Mann hält seine Truppe hier definitiv im Spiel. Das ist eine Torhüterleistung, die man ganz, ganz selten... Sergio Ramos! Und Torquereal! Das wird so geil, ey! Was ne Lachnummer, ey! Das macht er ganz cool! Wo andere vielleicht die Breckstange auspacken, löst er das in seiner brillanten Technik. Und er macht es genau so, wie man es von ihm erwartet. Haumtor!